Jo, da ist mir gerade das Spiel beim Laden abgestürzt. Komm, schick deinen Feuerball. Achso, hier bin ich Feuerball safe. Da muss ich wieder aufmachen. So, jetzt will ich aber mal nach da unten. Du gib mir mal den Zauber, du nimm den Zauber und dann Geronimo. Bei so einem hässlichen Urger werden wir ja noch tot kriegen. Nein. Nein. Wie viel Schaden machst du? Du machst gut Schaden bei dir. So, ein Level Up für Tarion. Ein Beast Bone, wie schön. Der Wabi Jam. Oh, und das Level Up für ihn natürlich. Also alles auf Air Magic. So weit, so gut. So weit, so gut. Sehr bald werde ich im Maschinenraum sein. Und von dort aus im Palast der Watchers. Und das ist der Ort, an dem sie sie festhalten. Was unter dem Licht wollen sie mit diesen Artefakten in dieser Tiefe? Sie kontrollieren das Wetter. Sie kontrollieren das Wetter. Interessant. Natürlich wird das nicht passieren, weil ich hier bin, sie wieder einzusammeln. Das sollte mich selber in ein sehr gutes Licht rücken nach dieser Aufgabe. Jetzt vor mir liegt dieses Grubenrätsel. Ich muss den Teleport auf der anderen Seite nehmen und einen blauen und einen roten Edelstein mit mir nehmen. Ich kann keinen roten mehr finden, nachdem ich den anderen am Eingang zurückgelassen habe. Was soll ich tun? Einen Ogre killen. Der hat einen. Gem. Gut. Hier ist jetzt nichts mehr drin. Oh. Praktisch, dass er gleich der Safestell wieder aktiviert ist. Au. Äh, das wollte ich nicht. Kommt voll, weil ich... Hier bin ich erst mal sicher. Hier komme ich aber nirgends hin. Ach so. Au. Au. Ups. Das war auch nicht richtig. Okay. Okay. Ähm. So. Das muss ich so machen. Hier war ich erst einmal sicher. Da muss aber der wieder reingelegt werden. So. So. Der Name war wohl falsch. Dass da der Rote rein muss. Okay, hier wird immer wieder alles resettet. Au. Ja, ich sollte nicht da stehen und überlegen. Nein, da muss auf jeden Fall ein grüner rein. Autsch. Äh, Stein. Nein, nicht gut. Kann ich laden, ohne dass es abstützt diesmal? Ja. Gott sei Dank. Komm. So, danke dafür. Habe ich den Roten noch? Nein, ich habe ihn nicht mehr. Ich sehe erst jetzt gerade, dass da in der Mitte eine Druckplatte ist. Ah, war es das? Dankeschön. Den hätte ich auch gerne wieder. Ja, toll. Okay. 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 Äh, naja. Brauche ich hier den Grün? Nein. Ich brauche einen blauen, aber wo kriege ich noch einen blauen her? Nein, den einzigen blauen, den ich habe, muss ich hier drüben einsetzen. Mhm. Und ja, mit dem Farben schummeln, das kann ich auch vergessen. Ah, nein. Obwohl. Äh, falsch. Und ja, mit dem Farben schummeln, das kann ich auch nicht schmacken. So. Nein. Aha. Nein. Nein. gucke ich mir mal den roten wieder so 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 nein das ist immer noch nicht ganz richtig da steht ich brauche einen roten und einen blauen so so okay keine ahnung wie ich das jetzt gelöst habe aber ich habe es irgendwie gelöst so jetzt bin ich hier wieder an irgendeinem komischen ort only the fallen pass top of leech leschrack the third of seven the bringer of torment ja und er wird bis zum ende aller tage so bleiben hatten wir das nicht schon mal hier erwarten euch die überreste der antiken horde kein element wird ihre knochen berühren ihre sperre werden niemals ruhen und ihr zorn wird niemals vergehen okay ich äh f5 sicherheitshalber speicher hier mal wenn ich darf ich darf lp019 und da will ich mal ganz kurz einspicken hey ihr seht ja stark aus und ihr seid auch verdammt stark bin ich froh dass ich an der smash kann jo gut machen wir noch schnell sein level ab schildexpert wäre auch nicht schlecht aber erst einmal weiter auf schwerter bis wir wenigstens furrier flashes haben so also noch ein level und dann geht es hier mal weiter dass er schildexperte wird jo gut aber jetzt überschreibe ich nochmal den spielstand wenn ich darf ja, darf ich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüssi